Neu, der Motorhead Slot. Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Heute findet ihr hier eine Vorschau auf den Motorhead Slot, den dritten Teil der Rock Trilogie von Net End. Der Slot soll Mitte September in den Net End Casinos, wie etwa den Sherry Casino oder den 888 Casino zu spielen sein. Das ist für Sie. Das ist für Sie. Das ist für Sie. Der Plane ist mit ihm. Und dann gemeinsam die Reihe auf dem Motorhead Slot. Die Kalandon 1. Der Plane ist auf dem Motorhead zu spüren. Der Plane ist auf dem Motorhead Slot. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Will they do the same to me? What is this one? Does this one have to be fired? Das ist für Sie. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es etwas Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.